Wir müssen dich abwarten! Los! Okay, los! A win! Ach, äh... Okay... Ja, noch auf! Ja, noch auf! Ja... Ja, noch auf! Ah! Ja, reinhalten! Schnell eine Claymore an der Tür da vorne platzieren! Ich habe aber keine Claymore! Ja... Aber... Ich habe keine Claymore, hallo! Oh doch, aber ich... Scheiße! Ja, ich habe aber keine Claymore! Du tut mir allein! Ja, jetzt habe ich mich selbst geblendet! Und noch ein bisschen noch eine! Oh! Ja, okay, komm, mach! Ich hab mich jetzt! Oh! Wo? Wo ist der? Wo? Wo? Hä? Helikopter im Anflug! Runter mit ihm! Preis! Auf die Heli schießen! Wir erleben ihn gemeinsam! Gute Nacht, Bastard! Jo! Jo! Wann kann mir nicht helfen? Komm! Guck mal! Wir haben noch eine Mission zu erledigen! Und der aus ich Deckung geben kann! Der Evakuierungskrunk ist im Südwesten! Wir können es immer noch schaffen, wenn wir uns beeilen! Los! 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 Ja! Stirb, Kadett! Es kommen noch mehr von Süden! Vorsichtig! Ach egal! Tschüss! Auf Wiedersehen! Äh, die werden nach dem ich natürlich nicht! Äh! 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 Moment! Warte mal! Äh! Frame-Man brüche! Schon wieder! Ich muss mal kurz... Hier so! Ja! Ich muss mal kurz... Oh! Ziele südöstlich! Ziele bewegen sich nach Osten! Er ist erledigt! Ja! Was soll ich denn machen? Tragen sie zum... Okay... Zu dem Apartment! Wir werden sie dort abschütteln! Los! 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 Ja! Tut mir leid! Tut mir leid! Auf Wiedersehen! Bist du blöd? Bleib den Radiotube-Bereichen fern! Ja! Tut tut tut! Nein! Ich gehe ja schon raus! Ich bin da gar nicht mehr drin! Hallo! Äh! Ja! Kann ich auch was machen? Hallo! Hä? Ja! Und wie kommen wir jetzt da hin? Ähm! 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 Geht nicht! Hä? Ich verstehe nicht ganz, wie wir da hinkommen! So! Also auf jeden Fall hier lang! Ich bin da nicht ewig aus. Ich bin da nicht ewig aus. Ich bin da nicht ewig aus. Du bist die Bisschen ablenken Bimm Es kommen noch mehr von langsam Bisschen ablenken Bisschen ablenken Jetzt weiter hier lang Meine ich jetzt einfach mal Zu dem Apartment, wir werden sie dann abschückeln Und einfach mal durchs Auch Hier auch nicht Dann hier Hier vielleicht Auch nicht Ja, okay Und wir sind dann Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, oder? Wir versuchen es einfach hier lang Und wieder Framer-Anbrüche Bist du blöd? Bleib den radioaktiven Bereichen fern Wir sind nicht im radioaktiven Bereich Ja Hey, aber gerade hat es doch noch Punkt Ja, das Spiel ist so unlogisch Ich verstehe das nicht Ich verstehe das nicht Aber das dann hier ist wahrscheinlich richtig Ich verstehe das nicht Okay, dann müssen wir das halt so Du setzt mich besser ab und sicherst die Räume Ich sichere den Eingang Nein 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 Moment Zunächst müssen wir die Räume überprüfen Oh nein Zeit zu gehen Hebe mich hoch So, ja Win 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 Dann Hier? Nein, nicht da 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 Jo Wo Oder? Wir sind fast da Der Evangierungspunkt ist auf der anderen Seite dieses Gebäudes Und wir müssen natürlich durch dieses Gebäude Ok, und warum liegt das jetzt gerade so komisch? okay ist erledigt egal kommt wir sind gleich da Also. Juhu. Juppie du da, Juppie du hey. Hier geht's. Okay, hallo. So. So. Einen Moment, ich mach ganz kurz ne Pause, also ich komm gleich wieder.